Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Xiaomi hat bei seiner Ultra-Reihe in den letzten Jahren meiner Meinung nach doch einige Fehler gemacht. Die Geräte waren zwar keineswegs schlecht, aber sie kamen hier in Europa einfach viel zu spät auf den Markt und waren dann auch viel zu teuer. Aber auch in Sachen Update-Support, Akkulaufzeit, Wärmeentwicklung oder Ergonomie waren andere einfach besser. Das soll nun mit dem Xiaomi 14 Ultra alles besser werden. Das Timing stimmt dieses Jahr schon mal, die UVP ist mit 1499 Euro, aber wieder jenseits von Gut und Böse. Dafür klingt es aber zumindest auf dem Papier so, als hätte Xiaomi alle Schwächen der Vorgänger beseitigt oder zumindest verbessert. Und nachdem ich das kleinere Xiaomi 14 ja schon fast auf ganzer Linie überzeugen konnte, waren meine Erwartungen hier wirklich hoch. Ob die erfüllt wurden, das wollen wir jetzt in meinem ausführlichen Review klären. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! In den letzten Jahren habe ich ja immer kritisiert, wie unhandlich die Ultras von Xiaomi doch wären. Das lag eigentlich immer an einer Kombination aus den enormen Abmessungen, dem hohen Gewicht und dem riesigen Kamerabalken. Dieses Jahr hat Xiaomi zumindest an manchen Stellen nachgebessert. Das 14 Ultra ist zwar auch wieder ziemlich groß, aber ein S24 Ultra von Samsung beispielsweise, das ist sogar minimal größer. Mit 220 Gramm ist es immer noch ziemlich schwer, aber zumindest etwas leichter als der Vorgänger. Der Kamerabalken ist natürlich wieder überdimensional riesig. Das kann man anders nicht sagen und das zeigt auch der Vergleich zur Konkurrenz. Aber zumindest ich kann jetzt meinen Zeigefinger einigermaßen fest unter dem Balken ablegen und habe dann das Gefühl, das Gerät einigermaßen fest in der Hand zu halten. Es ist auf jeden Fall nicht mehr so wie bei den Vorgängern, wo man teilweise dachte, das Gerät würde einem Kopf über aus der Hand kippen. Ich bin ganz ehrlich, ein Galaxy S24 Ultra oder iPhone 15 Pro Max, die liegen meiner Meinung nach immer noch besser und griffiger in der Hand. Ein Honor Magic 6 Pro beispielsweise liegt aber nochmal schlechter in der Hand. Also auch wenn ich hier noch nicht zu 100% zufrieden bin und das 14 Ultra immer noch als ziemlichen Klopper bezeichnen würde, hat es mich bei weitem nicht mehr so sehr gestört wie noch bei dem ein oder anderen Vorgänger. Das OLED-Display ist mit 6,73 Zoll wieder riesig und löst mit etwa 521 ppi gestochen scharf auf. Es unterstützt eine maximale Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz auf LTPO-Basis und die Displayränder sind noch dünner und symmetrischer geworden. Obwohl das Display auf dem Papier zu den Seiten hin leichter abgerundet ist, stört das im Alltag überhaupt nicht. Vielen fällt auf den ersten Blick gar nicht auf, dass das überhaupt ein Edge-Display ist. Das hat Xiaomi schon echt gut hinbekommen. Unterbrochen wird das Display von einem Punchhole mit 32 Megapixel Frontkamera und ein optischer In-Display-Fingerabdrucksensor, der ist ebenfalls mit an Bord. Er ist super platziert und reagiert gewohnt schnell und zuverlässig. Ich würde hier aber trotzdem gerne mal eine Ultraschall-basierte Lösung sehen. Beim Rahmen setzt man dieses Jahr auf mattes Aluminium, was sich super angenehm anfühlt und dabei auch noch ziemlich unanfällig ist. Die linke Seite ist komplett blank gehalten, rechts findet ihr dann den Power-Button und die laute Leise-Wippe. Beide sind gut zu erreichen und haben einen super Druckpunkt. Auf der oberseite befindet sich lediglich der erste von zwei Lautsprechern, der zweite sitzt dann natürlich auf der Unterseite. Sie klingen unglaublich gut, werden schön laut und liefern einen nochmal etwas kräftigeren, ausgeglicheneren Sound als beim Vorgänger. Das ist klasse. Ansonsten findet ihr auf der Unterseite den Einschub für bis zu zwei Nano-SIM-Karten. Der 512 GB große UFS 4.0 Speicher kann nicht erweitert werden. Das dürfte weniger Leute stören, als die Tatsache, dass das Gerät nicht eSIM-fähig ist. Ansonsten findet ihr hier noch den USB-C 3.2 Port und natürlich ist das 14 Ultra nach IP68 gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt. Mitverantwortlich für die leichte Gewichtsreduktion dürfte auch die Rückseite sein, die nun aus Kunstleder besteht. Neben dem leichteren Gewicht fasst die sich auch wirklich schön griffig an. Da kann man nichts sagen, aber ich kann mir nicht helfen, irgendwie wirkt dieses Material einem 1500 Euro Smartphone unwürdig. Zumindest der schwarze Colorway fasst sich nicht wie Leder, sondern eher wie Gummi an. Schon jetzt, nach ein paar Wochen, wirkt die Rückseite bei mir teilweise leicht speckig und man sieht Verfärbungen von Fingerabdrücken. Das kann man wieder wegbekommen, aber geil ist das halt nicht. Ich hätte mir hier die blaue Version mit matter Glasrückseite gewünscht, die es in Europa aber leider nicht gibt. Ansonsten setzt Xiaomi hier wieder auf ein Quad-Kamera-Setup. Neu ist nur die 50-Megapixel-Hauptkamera, hier kommt Sonys neuer LY-T900-Sensor zum Einsatz. Bei der Weitwinkel- und der 3,2-beziehungsweise fünffachen Telesum-Linse setzt man hingegen wieder auf den Sony IMX 858 aus dem letzten Jahr. Die Bildqualität schauen wir uns natürlich gleich noch ausführlich an. Der Kamerabalken ist zwar mittig platziert, aber weil er eben so riesig ist, wackelt auch das 14 Ultra bei der Bedienung auf einem Tisch liegend leicht. Die restlichen Specs sind dann ganz schnell zusammengefasst. Es kommt natürlich bereits Android 14 mit Xiaomi's neuem HyperOS zum Einsatz. Als Prozessor setzt man auf den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Octa-Core und dazu gibt es dann ganze 16 GB RAM. Über die Software werde ich jetzt nicht mehr allzu viel erzählen, weil hier quasi alles identisch wie beim kleineren Bruder, dem Xiaomi 14 ist und ich das da im Review ja schon ausführlich gezeigt habe. Wenn ihr euch da noch genauer interessiert, verlinke ich euch das entsprechende Video einfach nochmal in der Videobeschreibung. HyperOS klingt zwar nach einem riesigen Upgrade, aber bis auf minimale optische Änderungen, beispielsweise beim Control Center, erinnert es doch sehr stark an die MIUI. Entweder liebt man diese UI oder man findet sie viel zu bunt und vollgestopft mit Bloatware und Funktionen. Ich persönlich gehöre eher zur letzteren Gruppe, aber das ist halt komplett subjektiv. Was aber natürlich nicht subjektiv ist, ist das Thema Update Support. Und auch wenn der Prinzipiell bei den Xiaomi-Flaggschiffen etwas besser ist als bei den hunderten verschiedenen Mittelklasse-Smartphones, die sie so jedes Jahr auf den Markt werfen, gibt es hier gerade im Vergleich zu Samsung oder auch Google schon noch viel Luft nach oben. Zum einen, was die reine Dauer des Supports angeht. Xiaomi verspricht hier vier Jahre Android-Versions-Updates und fünf Jahre Sicherheits-Updates. Das ist cool, aber Google oder Samsung, die sind halt mittlerweile bei sieben Jahren angelangt und da kommen die Sicherheits-Patches wirklich jeden Monat sehr schnell und auch aktuell. Mein Gerät hat jetzt vor ein paar Tagen den Sicherheits-Patch März bekommen. Das ist in Ordnung, aber einem 1500-Euro-Smartphone ist das meiner Meinung nach nicht wirklich angemessen. Klar, das war auch schon mal viel schlechter bei Xiaomi, aber es müsste halt meiner Meinung nach wirklich noch deutlich besser werden. Also dieses Problem, das besteht hier nach wie vor und ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, wieso Xiaomi nicht zumindest bei den richtig teuren High-End-Smartphones einfach einen besseren Updates-Report anbietet, dass das vielleicht nicht bei allen 150 Geräten auf einmal geht. Das dürfte jeder verstehen, aber zumindest bei den Flaggschiffen könnte man ja wirklich mal anfangen, weil ich meine, die Preise, die hat man ja schon durchaus auf Apple- oder Samsung-Niveau. Jetzt müsste aber halt endlich mal der Updates-Report auch nachziehen. Nichts zu meckern habe ich dann in Sachen Performance. Das 14 Ultra fliegt durch alltägliche Dinge wie das Starten und Schließen von Apps. Ruckler oder Verzögerungen hatte ich so gut wie nie und das Bedientempo ist definitiv auf Top-3-Niveau. Ich hatte auch im gesamten Testzeitraum keine Probleme mit der Wärmeentwicklung, auch nicht, wenn ich mal länger gezockt habe oder Videos in 4K mit 60 Frames per Second aufgenommen habe. Hier muss man natürlich den Hochsommer abwarten, aber ich prophezeie, dass das Xiaomi 14 Ultra auch da im Alltag nicht besorgniserregend heiß werden wird. Einzig bei Benchmarks haben wir ja schon gesehen, dass das Gerät viel zu heiß wird und diese dann teilweise sogar abbrechen muss. Stand jetzt ist das für mich kein Kritikpunkt, aber es kann natürlich schon sein, dass es das in ein paar Jahren, sollten die Anforderungen steigen, noch wird. Ich gehe da aber nicht von aus, wollte das Thema aber trotzdem ansprechen. Machen wir mit dem Display weiter, denn das ist großartig. Es ist gestochen scharf und auch Farbwiedergabe und Farbechtheit sind besser als jemals zuvor bei Xiaomi. Ich finde, sie schaffen hier einen guten Kompromiss aus hohen Kontrastwerten und doch realistischen Farben. Und auch die Displayhelligkeit ist auf einem extrem hohen Niveau. Hier sehe ich allerdings keine Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger. Ich hatte nie Probleme mit der Ablesbarkeit, auch nicht in extrem hellen Umgebungen, aber Apple oder auch Google, die werden hier kurzzeitig noch einen Tick heller. Bevor wir uns jetzt gleich die Aufnahmen der Kamera ganz ausführlich anschauen, möchte ich noch kurz zwei Dinge ansprechen. Nummer eins, diese Kamera klappert und zwar extrem. Ich habe das ja schon im Unboxing angesprochen. Vielleicht kam das da einfach aufgrund des anderen Mikrofons, was ich verwendet habe, nicht so ganz rüber, weil anders kann ich mir nicht die Kommentare erklären, die mir da geschrieben haben. Das wäre doch ganz normal, das wäre bei jedem anderen Smartphone auch so. Hört euch das Ganze einfach mal an. Das hier ist das Xiaomi 14 Ultra. Das hier ist das Samsung Galaxy S24 Ultra. Xiaomi, Samsung. Xiaomi, Samsung. Na, hört ihr was? Also ich glaube, das ist schon ziemlich deutlich zu hören. Also nein, nicht jedes andere Smartphone mit ORS klappert genauso laut. Das ist einfach kompletter Unsinn. Es liegt vermutlich an der variablen Blende. Es gibt aber halt auch schon andere Smartphones mit variabler Blende, die hier nicht so laut sind. Mich würde das jetzt persönlich nicht stören, aber ich wollte es auf jeden Fall ansprechen, weil ihr euch schon darauf einstellen müsst, wenn ihr diese Kamera mal schnell zückt aus der Hosentasche oder generell schnell eine Aufnahme machen wollt, dann werdet ihr dieses Klappern hören. Und auf den ersten Blick hört sich das schon komisch an. Ich dachte mir dann auch, vielleicht ist das defekt, aber ich habe da mittlerweile 4, 5, schau mich 14 Ultra in der Hand und die klingen halt alle gleich. Und vor allem möchte ich euch mit auf den Weg geben, dass ihr euch da einfach nicht von diesen Leuten in den Kommentaren täuschen lasst, die das Gerät wahrscheinlich selber noch nie in der Hand hatten, aber halt dann erklären großspurig, das ist bei jedem Smartphone so. Das hört man bei jedem Smartphone. Ja, es klappert mittlerweile fast jedes Smartphone etwas, aber das hier ist ungefähr nochmal um den Faktor, naja, 10 bis 15 Mal lauter. Das wollte ich auf jeden Fall hier ganz klar ansprechen. Jetzt kommen wir wieder zu positiveren Themen, denn was mir richtig gut gefallen hat, das ist das optional erhältliche Photography-Kit für das Xiaomi 14 Ultra. Die UVP von 200 Euro finde ich zwar zu hoch, aber das Ganze ist echt gut umgesetzt. Auch wenn es sich nicht besonders hochwertig anfühlt, ist es schnell installiert, durch Dachdesign und liegt sehr gut in der Hand. Ich finde es auch klasse, dass man die Akku-Einheit einfach abnehmen kann und dann den Rest als Case nutzen kann. Die Tasten zum Zoomen, Auslösen oder für die Belichtungssteuerung haben echt einen guten Druckpunkt und gerade wenn man eine längere Fototour mit dem Gerät plant, ist das ein Mehrwert. Wie gesagt, viel zu teuer, aber wer wirklich professionell damit fotografieren will, für den kann es sich schon lohnen. Sowas haben wir von anderen auch schon deutlich schlechter umgesetzt gesehen. Kommen wir jetzt aber endlich zur Bildqualität. Ja, was soll ich euch da großartig sagen, die ist einfach nur gigantisch. Ich habe die meisten Aufnahmen im Leica-Lebendig-Modus gemacht. Wenn ihr es natürlich wollt, dann solltet ihr Leica Authentic wählen. Bei guten Lichtbedingungen macht die Hauptkamera, wenig überraschend, einfach nur grandiose Bilder. Das konnte aber ja auch schon der Vorgänger. Ich finde das 14 Ultra hier aber gerade in Sachen Schärfe noch etwas besser. Bei Low-Light fallen die Verbesserungen größer aus. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist für mich persönlich die beste Foto-Low-Light-Performance aktuell in einem Smartphone. Zum einen gelingen die Aufnahmen super schnell, zum anderen findet Xiaomi hier genau die richtige Balance aus Aufhellen, Kontrast und möglichst niedrigem Rauschen. Ich kann hier nicht mehr Asbestnoten vergeben. Ich mag die Hauptkamera unglaublich gerne. Die Weitwinkelkamera kann bei guten Lichtbedingungen fast mithalten. Bei etwas weniger Licht fallen die Unterschiede aber natürlich deutlich aus. Trotzdem ist das für mich eine der besseren Weitwinkelkameras in dem aktuellen Flaggschiff-Smartphone. Was mich aber wirklich überrascht hat, sind die beiden Telesum-Linsen. Obwohl hier die gleichen Sensoren wie letztes Jahr genutzt werden, werden die Bilder nochmal sichtbar schärfer und vor allem gelingt dieses Jahr die Farbeingleichung an die anderen beiden Kameras viel besser. Gerade der 3,2-fache Zoom sucht sowohl bei viel als auch bei weniger Licht aktuell seinesgleichen. Die 5-fache Telesum-Linse kommt da qualitativ nicht ganz ran, gehört aber auch zu den Besten auf dem Markt. Einzig wenn man ganz nah ran zoomen möchte, sind andere teilweise noch minimal besser. Xiaomi hat dieses Jahr auch bei beiden Sensoren die Naheinstellgrenze deutlich verringert. Dadurch kann man tolle Makroaufnahmen machen. Das ist super praktisch. Was mich auch extrem positiv überrascht hat, ist die Videoqualität. Ich habe es nicht erwartet, aber Xiaomi hat hier tatsächlich zum S24 Ultra von Samsung aufgeschlossen. Gerade in Sachen Belichtung und Bildschärfe, aber auch bei der Stabilisierung gibt es massive Verbessungen. Der Sprung ist deutlich größer als ich erwartet habe und ich würde hier fast von der besten Videoqualität aktuell im Android-Bereich sprechen. Einzig die Frontkamera kann da leider nicht ganz mithalten. Sie ist grundsolide, aber Gesichtsfarben werden mir immer noch zu kalt wiedergegeben und die Aufnahmen wirken oft einfach zu weich gezeichnet, zu unscharf. Schlecht ist sie trotzdem auf keinen Fall. Empfang und Sprachqualität sind ebenfalls im oberen Mittelfeld. Bleibt am Ende noch das Thema Akkulaufzeit. 5000 mAh sind mittlerweile bei den Flaggschiff-Smartphones Standard. Ich schaffe mit aktivierten 120 Hz so maximal 7,5 bis 8 Stunden Display-On-Time. Das ist ein ordentlicher Wert und ich komme damit problemlos durch einen sehr langen oder eineinhalb normale Tage. Aber das Galaxy S24 Ultra oder ein OnePlus 12 sind hier noch etwas besser. Gefühlt ist mir der Standby-Verbrauch beim 14 Ultra aktuell noch etwas zu hoch. Aber am Ende ist das halb so wild, weil das Xiaomi 14 Ultra mit dem mitgelieferten 90 Watt Netzteil in etwa 35 Minuten komplett vollgeladen ist. Das ist zwar mittlerweile kein Spitzenwert mehr, aber immer noch deutlich schneller als etwa Samsung oder Apple. Dazu gibt es ja auch noch 80 Watt Wireless Charging. Also wenn man wirklich mal nachladen muss, dann geht das blitzschnell. Am Ende weiß ich nicht so ganz, was ich vom Xiaomi 14 Ultra halten soll. Denn einerseits hat es mich wirklich begeistert. Die Kamera ist meiner Meinung nach in vielen Belangen die beste auf dem Markt. Und auch in Sachen Display-Performance oder was diese ganze lange Liste an Premium-Features angeht, ist das eigentlich genau das, was ich mir von so einem aktuellen High-End-Flaggschiff erwarte. Ja, der Kamerabalken ist wieder riesig, aber das Gerät liegt auf jeden Fall besser in der Hand als noch die Vorgänger. Also auch da hat sich was getan. Aber mein Hauptproblem ist und bleibt einfach diese viel zu hohe UVP von 1499 Euro. Für 1499 Euro muss das Ding in jeder Disziplin mindestens genauso gut sein wie die Konkurrenz. Eigentlich sollte es sogar in jeder Disziplin besser sein. Und das ist halt hier einfach nicht der Fall. Ich meine, über so Dinge wie das Material der Rückseite kann man streiten. Ich finde das nicht optimal für so einen hohen Preis, aber das ist irgendwo subjektiv. Die Software natürlich auch. Aber die Nummer mit dem Update-Support, das ist nicht subjektiv. Der ist halt einfach viel zu schlecht für diese hohe UVP. Und da gibt es auch gar nichts zu diskutieren. Auch die Akkulaufzeit könnte besser sein. Und dieses Klappern, das wird meiner Meinung nach einem High-End, einem Premium-High-End-Flaggschiff für 1499 Euro auch nicht wirklich gerecht. Naja, jetzt kann man natürlich argumentieren, dass man hier immerhin 512 GB Speicher bekommt. Das ist cool, wenn ihr das braucht. Aber ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, auch wenn man sich so die Verkaufszahlen der anderen Hersteller anschaut, dass eben nicht jeder diese 512 GB Speicher braucht. Und die zahlt man natürlich auch mit. Dann kann man natürlich argumentieren, dass Apple oder Samsung genauso teuer sind. Aber jetzt mal bei aller Liebe, Apple, die haben ein ganz anderes Marken-Image, ein ganz anderes Standing als Xiaomi. Und Samsung, mit denen kann man sie vielleicht noch am ehesten vergleichen, aber das Galaxy S24 Ultra ist mittlerweile auch schon deutlich günstiger geworden. Das bekommt ihr für 1000 bis 1100 Euro. Klar, dann mit 256 GB Speicher. Aber dann habt ihr den deutlich besseren Update-Support. Ihr habt eine bessere Akkulaufzeit, ihr habt ein besseres Handling und auch noch ein paar andere Punkte. Sind bei Samsung einfach nach wie vor besser. Der Preis ist halt einfach viel zu hoch und da gibt es auch nichts zu diskutieren. Wenn sie das Ding jetzt 400 Euro günstiger auf den Markt gebracht hätten, dann wäre das ein ähnlicher Move gewesen wie Honor zum Beispiel letztes Jahr. Dann wäre jeder aus dem Häuschen gewesen, dann hätte ich hier überall gehört. Flaggschiffkiller oder richtig guter Preis für das, was man geboten bekommt. So hätte man so eine Art Bass erzeugen können. Aber mit 1499 Euro gestaltet sich das schwierig. Ich bin dieses Jahr aber trotzdem optimistischer als die letzten Jahre, weil ich gehört habe, dass es dieses Jahr in Deutschland deutlich größere Mengen gibt in denen oder vom Xiaomi 14 Ultra, die so an die Händler ausgeliefert wurden. Und normalerweise läuft das dann so, wenn diese Preise so hoch sind und die Geräte für den Preis nicht gekauft werden, dass die Preise relativ schnell sinken. Und das ist ja jetzt auch schon am Beginnen. Ich habe das Ding jetzt schon 250 Euro günstiger gefunden. Das geht jetzt schon in die richtige Richtung. Ich würde mal abwarten, bis es so bei 1100 Euro oder noch weniger angelangt ist. Dann könnt ihr wirklich zugreifen, bekommt ein tolles Smartphone, wenn ihr halt mit dem dicken Kamerabalken leben könnt und wenn ihr vor allem mit dem Update-Support leben könnt. Das ist meiner Meinung nach so die größte Schwäche dieses Smartphones hier. Ansonsten kann man eigentlich nur sagen, dass bei Xiaomi wirklich nicht mehr viel fehlt, dass sie tatsächlich ganz oben mithalten können. Allen voran natürlich die Nummer mit dem Update-Support, dann noch ein, zwei weitere Dinge. Also ich bin da prinzipiell sehr optimistisch. Dann nächstes Jahr für den Nachfolger, aber ich bleibe halt dabei. Also diese Hochpreis-Strategie, die Sie ja hier in Europa ziemlich exklusiv fahren, ist meiner Meinung nach einfach Schwachsinn. Da tun Sie sich meiner Meinung nach auch keinen Gefallen damit. So, jetzt seht ihr nochmal meinen Roundup eingeblendet mit den Pro-Punkten und mit den Kontra-Punkten. Die sind wir ja alle im Laufe des Videos schon durchgegangen. Ich habe dann auch noch vier neutrale Punkte, die kann ich euch aber relativ schnell erklären. Der Fingerabdrucksensor, er ist wirklich gut, aber Samsung ist da zum Beispiel noch ein bisschen besser. Der eine oder andere auch noch. Deshalb ist das für mich mittlerweile einfach nur noch neutral. Wie gesagt, mir gefällt das Material der Rückseite nicht, aber das ist natürlich ein subjektiver Punkt. Deshalb ist auch das neutral. Ich habe überlegt mit dem Klappern hier, aber das ist jetzt für mich auch nichts, was ich zur Kontra-Liste zählen würde. Es ist halt ungewöhnlich, aber es ist für mich kein Kontra-Punkt. Deshalb ist auch das neutral. Und auch der Stand-by-Verbrauch, der könnte schon noch besser sein, aber er ist jetzt auch nicht so schlecht, wie er zum Beispiel bei Google am Anfang war oder wie er bei Samsung jahrelang war. Insofern ist auch das ein neutraler Punkt. Das soll es jetzt aber von dem Video hier gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.